goethe-institut münchen grüß gott guten tag kann ich bitte herrn benz sprechen bitte wehn grenz nein herrn benz b e n z guten morgen ist dort die firma meyer mit a y nein hier ist heyer hotel astron guten morgen guten tag hier ist sundaram ich möchte ein zimmer reservieren entschuldigung wie heißen sie buchstabieren sie bitte s u n d a r a m hallo katja ist hier noch frei hallo martin ja klar was trinkst du mineralwasser nein lieber orangensaft zwei orangensaft bitte grüß dich anna das ist amir tag sabira hallo amir woher kommst du aus libyen und du aus serbien was trinkt ihr kaffee ja kaffee mit viel milch bitte kommst du jetzt ja ich komme wo wohnst du ich wohne in berlin wo wohnt ihr wir wohnen in hamburg wo wohnt er pedro er wohnt in münchen frau bergmann wo wohnen sie ich wohne in potsdam zahlen bitte drei eistee das macht zusammen sieben euro zwanzig und getrennt zwei euro vierzig bitte ich möchte zahlen bitte zwei euro sechzig zwei euro sechzig hier bitte danke auf wiedersehen ich möchte bitte zahlen eine cola und zwei wasser zusammen oder getrennt zusammen bitte also eine cola das sind zwei euro zwanzig und zwei wasser a zwei euro zehn das macht zusammen moment sechs euro vierzig bitte hier bitte stimmt so tschüss danke auf wiedersehen cola mit eis ja viel eis bitte tee oder kaffee lieber tee mit viel zucker bitte kaffee mit milch und zucker nein ohne milch und ohne zucker bitte entschuldigung ist hier noch frei ich heiße matthäus und das ist polina wir kommen aus polen und du woher kommst du was möchtest du trinken tee oder lieber kaffee dann drei tee mit zucker bitte hallo diana was möchtest du trinken guten tag paul ich nehme fanta mit wenig eis guten tag was trinken sie ich nehme kaffee mit viel milch und ohne zucker entschuldigung trinken sie wasser oder lieber orangensaft orangensaft oder nein lieber cola trinkst du weißwein nein ich nehme lieber rotwein so da haben wir tisch drei das war ein wasser das ist 209 und einmal apfelschorle nummer 220 dann tisch tisch 88 das waren die 208 214 und 217 und tisch 34 einmal sprite nummer 211 julian wie ist deine telefonnummer meine telefonnummer ist 0 172 43 74 3 3 3 wie ist die telefonnummer von michaela die telefonnummer von michaela das ist die vier fünf sechs neun acht sieben zwei sabine hast du ein handy ja und wie ist deine nummer 0 179 126 186 9 wie ist die telefonnummer von jarek moment das ist die 0 176 22 11 3 3 4 empfang stein am apparat hallo pech hier wie ist die telefonnummer von frau mazahnke marketing abteilung einen moment 68 35 und die durchwahl ist 48 17 dankeschön hallo ich brauche die telefonnummer von herrn feldmeier in münchen ja die vorwahl ist 0 8 9 und dann die vier 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 acht 0 93 87 stein empfang guten morgen frau stein wie ist die telefonnummer von frau rosenberg in dresden frau rosenberg serviceteam ja das ist die zwei sechs vier sechs fünf eins und die dresden liebe fahrgäste am gleis drei wartet der ic e 30 43 nach münchen planmäßige abfahrt vorsicht am gleis 9 es fährt ein der ec 1509 von erfurt nach jener paradies der ic e 88 78 78 nach düsseldorf fährt heute vom gleis 9 ab ja bitte zusammen oder getrennt kaffee 1 euro 20 und milchshake 1 euro 80 das macht drei euro bitte danke auf wiedersehen entschuldigung ist hier noch frei ja bitte mein name ist angelina bist du auch im sprachkurs a 1 ja ich heiße paul ich komme aus frankreich woher kommst du ich komme aus italien was möchten sie trinken was möchten sie trinken tee bitte mit zucker und milch mit milch bitte wir möchten zahlen bitte getrennt oder zusammen zusammen bitte das macht dann fünf euro dreißig bitte danke und auf wiedersehen tschüss können sie das bitte buchstabieren entschuldigung kannst du das bitte wiederholen kannst du das bitte schreiben wie heißt das auf deutsch entschuldigung wie heißt das auf deutsch der radier gummi das verstehe ich nicht können sie das bitte wiederholen der radier gummi können sie das bitte anschreiben ja klar der radier gummi liebe eltern die kinder brauchen für das neue schuljahr wieder neue sachen hier ist die liste vier hefte ein füller drei stifte zwei kulis ein englisch-wörterbuch und ein radier gummi so unser weiteres thema ich bin maria gonzalez ich komme aus mexico und lebe in mexico stadt ich bin 19 ich bin verheiratet mit jose gonzalez wir haben keine kinder ich spreche spanisch englisch und französisch ich lerne deutsch im goethe-institut in mexiko stadt deutschland ist für mich technik und fußball was ist das das ist der prater und wo ist das in wien aha und in welchem land ist das wien ist in österreich und was ist das das ist die akropolis wo ist denn das in athen ach so und in welchem land ist das athen ist in griechenland hallo wir sind campus radio wir interviewen internationale studenten wie heißt ihr woher kommt ihr ciao ich bin laura ich komme aus pisa und studiere in bologna und ich bin piet ich bin aus brüssel welche sprachen sprecht ihr ich spreche italienisch und oft englisch und deutsch im studium natürlich ich spreche niederländisch das ist meine muttersprache und französisch im studium brauche ich deutsch und oft englisch und was studiert ihr ich studiere chemie deutsch als fremdsprache ich bin im masterstudiengang ich heiße frank und komme aus interlaken wo ist denn das das ist in der schweiz ich bin mike aus san diego wo ist denn das das ist in den usa mein name ist nilgün und ich komme aus ismir wo ist denn das das ist in der türkei ich heiße stefanie ich komme aus koblenz wo ist denn das das ist in deutschland mein name ist swetlana ich komme aus prag wo ist denn das das ist in tschechien mein name ist anke bayern ich bin verheiratet und habe einen sohn ich komme aus münchen aber meine familie und ich leben im westen von österreich in innsbruck das liegt in tirol dort spricht man deutsch ich spreche deutsch italienisch und englisch goethe-institut münchen grüß gott guten tag kann ich bitte herrn benz sprechen bitte wen grenz nein herrn benz b e n z heyer guten morgen ist dort die firma meyer mit a y nein hier ist heyer h e i e r oh entschuldigung hotel astron guten morgen guten tag hier ist sundaram ich möchte ein zimmer reservieren entschuldigung wie heißen sie buchstabieren sie bitte hallo katja ist hier noch frei hallo martin ja klar was trinkst du mineralwasser nein lieber orangensaft zwei orangensaft bitte grüß dich anna das ist amir tag sabira hallo amir woher kommst du aus libyen und du aus serbien was trinkt ihr kaffee ja kaffee mit viel milch bitte kommst du jetzt ja ich komme wo wohnst du ich wohne in berlin wo wohnt ihr wir wohnen in hamburg wo wohnt er pedro er wohnt in münchen frau bergmann wo wohnen sie ich wohne in potsdam zahlen bitte drei eistee das macht zusammen sieben euro zwanzig und getrennt zwei euro vierzig bitte ich möchte zahlen bitte zwei euro sechzig zwei euro sechzig hier bitte danke auf wiedersehen ich möchte bitte zahlen eine cola und zwei wasser zusammen oder getrennt zusammen bitte also eine cola das sind zwei euro zwanzig und zwei wasser a zwei euro zehn das macht zusammen moment sechs euro vierzig bitte hier bitte stimmt so tschüss danke auf wiedersehen cola mit eis ja viel eis bitte tee oder kaffee lieber tee mit viel zucker bitte kaffee mit milch und zucker nein ohne milch und ohne zucker bitte entschuldigung ist hier noch frei ich heiße matthäus und das ist polina wir kommen aus polen und du woher kommst du was möchtest du trinken tee oder lieber kaffee dann drei tee mit zucker bitte hallo diana was möchtest du trinken guten tag paul ich nehme fanta mit wenig eis guten tag was trinken sie ich nehme kaffee mit viel milch und ohne zucker entschuldigung trinken sie wasser oder lieber orangensaft orangensaft oder nein lieber cola trinkst du weißwein nein ich nehme lieber rotwein so da haben wir tisch drei das war ein wasser das ist 209 und einmal apfelschorle nummer 220 dann tisch 88 das waren die 208 214 und 217 und tisch 34 einmal sprite nummer 211 julian wie ist deine telefonnummer meine telefonnummer ist 0172 43 74 333 wie ist die telefonnummer von michaela die telefonnummer von michaela das ist die 45 69 872 sabine hast du ein handy ja und wie ist deine nummer 0179 126 186 9 wie ist die telefonnummer von jarek moment das ist die 0176 22 1 1 3 3 3 4 empfang stein am apparat hallo pech hier wie ist die telefonnummer von frau mazanke marketing abteilung einen moment 68 35 und die durchwahl ist 48 17 dankeschön hallo ich brauche die telefonnummer von herrn feldmeier in münchen ja die vorwahl ist 089 und dann die 4 4 8 0 93 87 stein empfang guten morgen frau stein wie ist die telefonnummer von frau rosenberg in dresden frau rosenberg service team ja das ist die 264 651 und die 0351 für dresden liebe fahrgäste am gleis 3 wartet der ic e 30 43 nach münchen planmäßige abfahrt vorsicht am gleis 9 es fährt ein der ec 1509 von erfurt nach jener paradies der ic e 88 78 nach düsseldorf fährt heute vom gleis 9 ab ja bitte zusammen oder getrennt kaffee 1 euro 20 und milch shake 1 euro 80 das macht drei euro bitte danke auf wiedersehen entschuldigung ist hier noch frei ja bitte mein name ist angelina bist du auch im sprachkurs a1 ja ich heiße paul ich komme aus frankreich woher kommst du ich komme aus italien was möchten sie trinken tee bitte mit zucker und milch mit milch bitte wir möchten zahlen bitte getrennt oder zusammen zusammen bitte das macht dann 5 euro 30 bitte danke und auf wiedersehen tschüss können sie das bitte buchstabieren entschuldigung kannst du das bitte wiederholen kannst du das bitte schreiben wie heißt das auf deutsch entschuldigung wie heißt das auf deutsch der radiergummi das verstehe ich nicht können sie das bitte wiederholen der radiergummi können sie das bitte anschreiben ja klar der radiergummi liebe eltern die kinder brauchen für das neue schuljahr wieder neue sachen hier ist die liste vier hefte ein füller drei stifte zwei kulis ein englisch wörterbuch und ein radiergummi ich bin maria gonzalez ich komme aus mexico und lebe in mexico stadt ich bin 19 ich bin verheiratet mit jose gonzalez wir haben keine kinder ich spreche spanisch englisch und französisch ich lerne deutsch im goethe-institut in mexico stadt deutschland ist für mich technik und fußball was ist das das ist der prater und wo ist das in wien aha und in welchem land ist das wien ist in österreich und was ist das das ist die akropolis wo ist denn das in athen ach so und in welchem land ist das athen ist in griechenland hallo wir sind campus radio wir interviewen internationale studenten wie heißt ihr woher kommt ihr ciao ich bin laura ich komme aus pisa und studiere in bologna und ich bin piet ich bin aus brüssel welche sprachen sprecht ihr ich spreche italienisch und oft englisch und deutsch im studium natürlich ich spreche niederländisch das ist meine muttersprache und französisch im studium brauche ich deutsch und oft englisch und was studiert ihr ich studiere chemie deutsch als fremdsprache ich bin im masterstudiengang ich heiße frank und komme aus interlaken wo ist denn das das ist in der schweiz ich bin mike aus san diego wo ist denn das das ist in den usa mein name ist nilgün und ich komme aus ismir wo ist denn das das ist in der türkei ich heiße stefanie ich komme aus koblenz wo ist denn das das ist in deutschland mein name ist svetlana ich komme aus prag wo ist denn das das ist in tschechien mein name ist anke bayer ich bin verheiratet und habe einen sohn ich komme aus münchen aber meine familie und ich leben im westen von österreich in innsbruck das liegt in tirol dort spricht man deutsch ich spreche deutsch italienisch und englisch goethe-institut münchen grüß gott guten tag kann ich bitte herrn benz sprechen bitte wen grenz nein herrn herrn benz b e n z heier guten morgen ist dort die firma meyer mit a y nein hier ist heier h e i e r oh entschuldigung hotel astron guten morgen guten tag hier ist sundaram ich möchte ein zimmer reservieren entschuldigung wie heißen sie buchstabieren sie bitte s u n d a r a m hallo katja ist hier noch frei hallo martin ja klar was trinkst du mineralwasser nein lieber orangensaft zwei orangensaft bitte grüß dich anna das ist amir tag sabira hallo amir woher kommst du aus libyen und du aus serbien was trinkt ihr kaffee ja kaffee mit viel milch bitte kommst du jetzt ja ich komme wo wohnst du ich wohne in berlin wo wohnt ihr wir wohnen in hamburg wo wohnt er pedro er wohnt in münchen frau bergmann wo wohnen sie ich wohne in potsdam zahlen bitte drei eistee das macht zusammen sieben euro zwanzig und getrennt zwei euro vierzig bitte ich möchte zahlen bitte zwei euro sechzig zwei euro sechzig hier bitte auf wiedersehen ich möchte bitte zahlen eine cola und zwei wasser zusammen oder getrennt zusammen bitte also eine cola das sind zwei euro zwanzig und zwei wasser a zwei euro zehn das macht zusammen moment sechs euro vierzig bitte hier bitte stimmt so tschüss danke auf wiedersehen cola mit eis ja viel eis bitte tee oder kaffee lieber tee mit viel zucker bitte kaffee mit milch und zucker nein ohne milch und ohne zucker bitte entschuldigung ist hier noch frei ich heiße matthäus und das ist polina wir kommen aus polen und du woher kommst du was möchtest du trinken tee oder lieber kaffee dann drei tee mit zucker bitte hallo diana was möchtest du trinken guten tag paul ich nehme fanta mit wenig eis guten tag was trinken sie ich nehme kaffee mit viel milch und ohne zucker entschuldigung trinken sie wasser oder lieber orangensaft orangensaft oder nein lieber cola trinkst du weißwein nein ich nehme lieber rotwein so da haben wir tisch 3 das war ein wasser das ist 209 und einmal apfelschorle nummer 220 dann tisch 88 das waren die 208 214 und 217 und tisch 34 einmal Sprite Nummer 211 Julian wie ist deine telefonnummer meine telefonnummer ist 0172 43 74 3 3 3 3 wie ist die telefonnummer von michaela die telefonnummer von michaela das ist die 4 5 6 9 8 7 2 sabine hast du ein handy ja und wie ist deine nummer 0179 1 2 6 1 8 6 9 wie ist die handynummer von jarek moment das ist die 0176 2 2 1 1 3 3 4 empfang stein am apparat hallo pech hier wie ist die telefonnummer von frau mazanke marketing abteilung hallo ich brauche die telefonnummer von herrn feldmeier in münchen ja die vorwahl ist 0 8 9 und dann die 4 4 8 0 93 87 stein empfang guten morgen frau stein wie ist die telefonnummer von frau rosenberg in dresden frau rosenberg serviceteam ja das ist die 2 6 4 6 5 1 und die 0 3 5 1 für dresden liebe fahrgäste am gleis 3 wartet der ic e 30 43 nach münchen planmäßige abfahrt vorsicht am gleis 9 es fährt ein der ec 1509 von erfurt nach jener paradies der ic e 88 78 78 nach düsseldorf fährt heute vom gleis 9 ab ja bitte zusammen oder getrennt kaffee 1 euro 20 und milchshake 1 euro 80 das macht drei euro bitte danke auf wiedersehen entschuldigung ist hier noch frei ja bitte mein name ist angelina bist du auch im sprachkurs a1 ja ich heiße paul ich komme aus frankreich woher kommst du ich komme aus italien was was möchten sie trinken tee bitte mit zucker und milch mit milch bitte wir möchten zahlen bitte getrennt oder zusammen zusammen bitte das macht dann 5 euro 30 bitte danke und auf wiedersehen tschüss können sie das bitte buchstabieren entschuldigung kannst du das bitte wiederholen kannst du das bitte schreiben der radiergummi das verstehe ich nicht können sie das bitte wiederholen der radiergummi können sie das bitte anschreiben Ja, klar. Der Radiergummi. Das ist eine Zimmerpflanze. Ja, gerne. Das ist eine Zimmerpflanze. Die Z-I-M-M-E-R-P-F-L-A-N-Z-E. Liebe Eltern, die Kinder brauchen für das neue Schuljahr wieder neue Sachen. Hier ist die Liste. Vier Hefte, ein Füller, drei Stifte, zwei Kulis, ein Englischwörterbuch und ein Radiergummi. So, unser weiteres Thema ist... Ich bin Maria González. Ich komme aus Mexiko und lebe in Mexiko-Stadt. Ich bin 19. Ich bin verheiratet mit José González. Wir haben keine Kinder. Ich spreche Spanisch, Englisch und Französisch. Ich lerne Deutsch im Goethe-Institut in Mexiko-Stadt. Deutschland ist für mich Technik und Fußball. Was ist das? Das ist der Prater. Und wo ist das? In Wien. Aha. Und in welchem Land ist das? Wien ist in Österreich. Und was ist das? Das ist die Akropolis. Wo ist denn das? In Athen. Ach so. Und in welchem Land ist das? Athen ist in Griechenland. Hallo. Wir sind Campusradio. Wir interviewen internationale Studenten. Wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Ciao. Ich bin Laura. Ich komme aus Pisa und studiere in Bologna. Und ich bin Piet. Ich bin aus Brüssel. Welche Sprachen sprecht ihr? Ich spreche Italienisch und oft Englisch und Deutsch im Studium natürlich. Ich spreche Niederländisch. Das ist meine Muttersprache. Und Französisch. Im Studium brauche ich Deutsch und oft Englisch. Und was studiert ihr? Ich studiere Chemie. Deutsch als Fremdsprache. Ich bin im Masterstudiengang. Ich heiße Frank und komme aus Interlaken. Wo ist denn das? Das ist in der Schweiz. Ich bin Mike aus San Diego. Wo ist denn das? Das ist in den USA. Mein Name ist Nilgün und ich komme aus Izmir. Wo ist denn das? Das ist in der Türkei. Ich heiße Stefanie. Ich komme aus Koblenz. Wo ist denn das? Das ist in Deutschland. Mein Name ist Svetlana. Ich komme aus Prag. Wo ist denn das? Das ist in Tschechien. Mein Name ist Anke Bayer. Ich bin verheiratet und habe einen Sohn. Ich komme aus München. Aber meine Familie und ich leben im Westen von Österreich. In Innsbruck. Das liegt in Tirol. Dort spricht man Deutsch. Ich spreche Deutsch, Italienisch und Englisch.